Eeeeeeeeeh... Wer macht mir Zufall? Nein, nicht wieder Zufall. Ich mach Zufall. Was? Ok, ich krieg Zufall. Zufall! Oh nein. Entweder kriegst du so nen Fuso, oder du kriegst so nen Cognosenti, weißt du? Warum, dass ich Cognosenti bekomme. Zufall Jungs, Zufall! Ich weiß genau was Robin nimmt. Er nimmt nen Perro! Cognosenti oder Schafte. Moin Leute, ihr Roffi und ich nehm das jetzt hier auf. Und wir zocken grad ne Runde Sumo 3. Ich guck euch eigentlich wut so locker. Weil Sumo 3 einfach der Hammer ist. Ich krieg 1, 3, 2, 1... Mit wem redest denn du, Corbin? Oh, oh, ich glaub ich hab Regina. Willst du nicht Regina, oder? Oh nein. Impero! Oh nein, gleich da, ne? Impero! Geil, Klassiker, du, ey. Man, ich weiß noch nicht, wie der heißt. Impero, der wiegt nix. Ich weiß, was Robin hat. Mag gut sein FK, bitte nicht rammen. Ich weiß nicht. Du fängst ihn, wenn du fängst ihn, wenn du fängst ihn. Flo, Aleni, du bist bei mir empty. Ich hab'n Cheval! Ja, ich wusste genau, was Robin hat. Okay, warten, rasiert wieder. Was hat Robin denn? Robin hat ne geile Karre! Fugitive! Robin, alter Ehrenmann, Robin! Aber der hat die ja auch ausgewählt, der hat die nicht genommen. Also der hat die nicht auf Zufall gehabt. Wer war das? Ich hab'n Zufall gemacht. Ich auch. Was ist mit Penno eigentlich? Das ist schlau! Boah, Robin, Alter! Ihr seid ihr eigentlich alle! Robin mit seiner ferten Karre hier. Runter damit! Alter! Wir gehen ja quäler! Runter damit! Also das Abkürzen würde eigentlich in der Map hier erfunden, oder? Nein. Ja doch, doch, doch schon. Natürlich. Martin, geh weg mit deinem 50 Tonnen-Auto, Alter! Raus damit! Jo, man! Wo ist Penno eigentlich? Nein, 50 Tonnen-Auto! Run! Wow! Wie Emperor Roy! Geil! Nein, geh weg! Will die gar nicht abgehen, ne? Weg mit dir! Weg mit deinem Vollgas! Wo komm! Ah, was? Alter! Da sind ja auf einmal hier völlig. Lenny hat Kaffee schon nicht. Lenny Vollgas! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Was? Was? Okay, Benno! Ich geb übrigens Vollgas gerade. Langes Hack! Es war gerade gar keine Bührung. Es ist wirklich ein langes Hack. Ich bin einfach nicht weitergefahren gerade. Boah! Diese Poilers sind ja lebensgefährlich. Guck dir mal mein Hack an und meine Nicht-Höchst-Geschwindigkeit. Tschüss! Was? Oh! Lenny, warum bist du eigentlich noch drauf? Neeeee! Weiß ich nicht! Hahaha! Was ist denn der Poil? Boah! Einen Tag! Schau bitte da drauf! Puh! Der Motorrad wird. Was ist eigentlich bei diesem GTA-K mit da unten los? Ich hab keine Ahnung. Es gibt bei mir auch die ganze Zeit da. Runter damit! Ach, das ist mein Kollege. Hoppala! Oh! Martin, das ist dein Kollege, ne? Wie du grad gerammt hast. Raus mit Robin! Das hatte ich grad auch mit dem Robin da. Wie mir wieder Glendale abgeht, ne? Alter, wie kalt! Alter, wie Martin hier rumgelüftet, ne? Tschüss! Als wenn er in Granada fährt. Ja! Geil! Genau, Benno! Boah! Ich fahr jetzt auf, Flo! Alter! Nein! Nein! Lass dir in Ruhe! Der ist gut! Aber hat Veno eigentlich kein Soho-Internet mehr? Weiß ich auch nicht. Geht runter! Runter mit Martin! Und mit Flo! Runter mit Ruhe! Nein! 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 Alter! Ich bin mit Martin, runter mit Flo, runter mit Ruhe! Alter! Ich bin mit Martin, runter mit Flo, runter mit Ruhe! Wieso ist Lenny eigentlich noch drauf? Und nur weil Martin mein Kollege runtergekickt hat! Scheiße! Martin hat das alles angefangen! Jo! Martin weiß! Der ist übrigens gemutet! Tschüss, Martin! Tschüss, Garten! Tschüss, Garten! Tschüss, Garten! Aber hier liegen doch noch die Reste von meinem Fit, Alter! Alter, das ist ja mal so geil! Das ist immer auch das allergeilste Spielmodus hier! Ich mag den Cheval! Ich mag den Gendale! Ich mag den auch! Was hab ich eigentlich? Was steht vorne drauf? Deutschland! Ja, was hab ich für ein Auto? Warum bist du jetzt wieder dran? Ich glaube der AV19 oder so! Ich? Empera steht vorne drauf! Na sicher! Junge, da kommt schon einer! Ich hab grad mein Auto angeschaut! Was ist das jetzt? Es tut mir leid! Es tut mir leid, dass es hier ein... Es ist ein sehr großartiger... Du guckst beim Wettkampf auch nicht erst deine Kanne an und sagst dann, ey warte! Nee! Nein! Boah! Voll bremst, ich bremse für Reginald! Alter! Aber ich bin noch drauf, oder nicht? Ah, ich verhoff! Nicht mehr lange! Martin, was machst du da, du musst... Jungs, nicht alle rechts rumfahren! Jetzt kommt Martin, Feierabend! Oh, danke, Martin! Robin, hi! Ah, weh... Nein! Tactical Beaching Keine gute Stelle Lenny Vorsicht! Keine Chance gegen Martin Drück dich auf die Bremse Martin, drück dich auf die Bremse Gewendet! Weiterfahren Was ist eigentlich hier für eine Massenkarren? Alter, meine Karren Wie geil ist eigentlich der Emperor? Nein! Dann weiß ich eigentlich mehr los Tactical Beaching Fahr mal weiter! Fahr mal vorbei! Wie soll ich denn vorbeifahren? Unter der Welt Ja, es wird vorbei Jawohl! Nein! Bremsen! Ich bremse für Reginas Nein! Wie ich euch beide wegschließe Was ist das für ein Brett hier? Alter Also die kleinen Formaten hätte jetzt auch echt nicht sein müssen Kann man da reinfahren oder nicht? Runter damit! Ja! Gar nix sein! Drei kleinen Wagen hat den runter gehauen Aber ihr braucht drei Autos Jawohl! Jawohl! Lenny los! Lenny los! Scheiß auf den Glendale da vorne! Weg damit! Das nenn ich mal jetzt ein Duell Piep piep! Runter damit! Nein! Okay! Okay! Jawohl! Easy peasy! Hat zwar mehr als Lukas können, aber gut! Richtig! Ey die Pfosten, die retten dir so den Arsch auf denen Da haben wir... Oh! Sichere Pfosten! Ohne die Pfosten! Ich wär schon sechsmal runter gefallen! Über den einen Pfosten hab ich Benno einfach eiskalt drüber gefördert! Ehrlich! Das geht gar nicht! Er ist in die Luft geflogen und dann natürlich NICHT! Immer ausgeladen! Ja weil Benno auch nicht wiegt! Genauso wie wir! In den Zimaten! Hä? Das ist nicht nur ein Ding! Ihr habt einen Emperor! Ihr beiden mit euren... Hä der Emperor wiegt nix! Ja der ist halt aus Pappe! Wie ist der? Als ob der Regina nix wiegt! Äh Regina ist... Na geht! Guck mal wie leer da hinten ist! Alles nix drin in der Karre! Der ist Rappelium hier hinten drin! Der ist Lenny! Ah Martin kickt man doch schon wieder nicht runter oder? Ne! Tschüss Boat Arten! Junge! Wie schnell seid ihr eigentlich wieder hinter mir? Aaaaah! Was? Alter Lenny ist ja voll weggerannt! Jetzt war von den Postenstern! Nein Flo hier ist Feierabend! Nein hier ist ne Feierabend! Nein! Ich bin schon zu viel runter gefallen! Du musst jetzt auch mal runter! Nein! Bein haben eingefallen! Juuuungs! Was macht der da? Ok! Was macht die? Keine Chance gegen Flo und Marten! Ne sicher hier heisst nicht Jungs! Keine Chance! Aua! Hier ist Wänden verboten! Lass mich! Verfolgung ist aufgenommen! Aua! Ihr habt keine Chance gegen Flo und Marten! Aua! Nein! Ich weiß ganz genau wer jetzt gewinnt! Du brauchst du Birne! Ich hab grad eingepackt! Ich hab grad eingepackt! Junge geh weg mit dem scheiß neumulischen Kakao! Ist so! Alles vor 1978 ist Müll! Nein! Nein! Er bewegt sich kein Stück! Wohhh! Ohhhh! Was hat er auch weh?! Uuuuh! Ahhhh! Ich träge meine Automatik! Ne! Abgünsten! Ahhhh! Und dann? Ouhh! Alter! Benno! Er reißt nicht im Rückfesker! Fast Benno! Äh! Benno! Also man kann nicht sagen, wenn du eh hinwannst. Wir beiden. Lass Flo doch Marten rausschieben, Lenny. Nein, der soll nicht rausschieben. Jetzt wirst du rausgeschoben von Robles. Keine Chance! Keine Schnitte! Da braucht Marten nicht, bis wir ein Gas spielen. Loll. Verpiss dich mit deiner scheiß Gurke. Tschüss! Geh doch mal, Marten. Mit deinem fetten Haufen. Oh, ne doch nicht. Marten, du hast nen Getriebeschaden, gleich weißt du, ne? Ja, egal. Also fahr ich gegen den Vorsitz. Weil der ihn rettet. Lenny, einmal weiterfahren. Ah, weiter geht's. Ich guck grad Lenny zu, das ist der Hammer. Oh, oh! Die Karre wiegt schon 6 Toren. Ah, ich war ganz krank! Nein! Feierabend Lenny, tschüss. Nein! Hilf mir doch mal! Wieso hilft mir keiner? Okay, jetzt hieb mich sogar noch runter. Ich wär da rausgekommen. Typisch Armaten, Ben und ich hätten dir geholfen. Also ich hätte den Typ küssen können ab. Man hat ganz genau das Flo jetzt gewinnen. Alter, dack dir so. Alter, zu dritt, Sutton Deck hatten wir auch noch nie keiner sein. Ja. Komm, jetzt runter mit dem! Das gibt's doch nicht! Komm schon raus. Aber noch nie mehr, oder? Alter, stimm mal vor, mit allen zacken Deaths. Das wär der absolute Kracher. Ich geh in die Mitte. Das mal gleich machen, mit allen zacken Deaths bitte. Das wär der Hammer. Du kannst mal irgendwie nach außen gehen. Du kannst mal irgendwie nach außen gehen. Nee! Na, 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 na. Das glaub ich jetzt nicht. Nein, 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 nein. So kannst du das gleich erstmal vergessen. Das kannst du gleich vergessen. Ludus möchte gern vorher. Ich weiß. Aber ich hab einen Controller jetzt in der Hand. Martin, du musst auch zum Gelben fahren. Na, hat man gewonnen. Na, man hat gewonnen. Eeeeh. Aaaaaaaa! Was ein legendärer Move. Geil! Außer mit. So ein kleiner Kack-Impeller gegen die fette Kleine. Eins, eins, eins. Äh, ich schieb mal kurz. Ich schieb mal einfach raus. Du musst den mal schieben. Ich bin zum kleinen Finger Warum stehst du schief Lenny? Weil der nicht parken kann der Typ von GTA Der hat die Einparkhilfe genommen Der Mechaniker den es mal gehabt, der die Karre gebracht hat Das ist nicht so einfach mit dem Teil Der Mechaniker war göttlich Das ist 2,80m und 6,10m lang Aber wie langsam ich beschleunige das ist bewundert Oh Lenny Oh Gott ich brauch den Poiler Oh hier ist ein Pfosten, alles safe Ich hier ist ein Pfosten Ich fahr erstmal gegen den Pfosten Lenno warum stehst du da? Weil er sich anbietet Da kommt irgendein Flow Ah Alter wer hat hier kein Internet Alter man hängt sich wieder aus Man hängt sich aus, es ist am 120 Das war aber großzügig mit der Abkürzung Ich fahr mal hier kurz weg Tschüss Martin dich kriegt keiner runter Du Eierkopf Das war ein bisschen viel abkürt Wow Alter Martin Benno tschüss Tschüss Flo was ist denn los? Wurde damit warten Benno Ach der ist in deinem Team Ne Tschüss Corin Tschüss Alter der kann auch nichts der wagen Ehrlich Lenny was denn Regina das ist schon heiß schon alles Tschüss Robin Warum legt eigentlich gerade jeder weg? Warum sind wir eigentlich alle im Satten denn? Weil das geil ist Bo Wurde damit Lenny ich helfe dir Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Okay Der Typ hat den Ehe nicht Immer alle auf den Regina Nur weil es ein Schwertransporter ist Rund damit Rund damit Alter bewegt sich kein Millimeter Rund damit Rund damit warten Oh verfehlt Ich regle meine Runden Seit vielen Stunden Was war das denn für ein Durre Okay Scheiße Wau vielleicht Internet Ja Benno du hast angeblich noch ein Internet Rund damit Benno Äh Junge Lieder legt gerade jeden weg Ist so Das ist glaube ich in diesem Spielmodus so eingebaut Dass du die besser wegkickst Tschau Da hat glaube ich noch keiner drüber nachgedacht Wie kacke bist du jetzt gewesen? Ah Robin ist fast Das kann wirklich sein Das war echt Das es so eingebaut ist Ja Also Robin ist kacke kann das sein Ja Robin denkt sich so ich zähle jetzt nicht perro an Wie kann denn hier Blut auf der Straße sein? Alter was hast du für ne krassen Kurvenlage Wie der Astra Deswegen habe ich hier auf der Gerade stehen oder nicht? Aber der Robin der macht das doch jetzt oder nicht? Der macht erstmal seinen Kofferraum auf Der hat seinen Kofferraum aufgemacht Das heißt der hat 3 PS mehr Der hat mehr Anpressdruck Ah das geht doch noch 2 Runden oder nicht? Ja Tschüss Robin Wo kommt das Blut her? Jetzt los ist ja Meint ihr da geht noch eine? Meint ihr da geht noch eine? Der Robin der benutzt die Abkürzung nicht Ehhhh 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 Ne Oh Aber geht doch noch ein oder nicht? 10 Sekunden extra Ja Aber der Typ fährt doch jetzt rück Ne tut er nicht Nicht direkt da einparken Nein Du bist so vollidiot Ihr wird nicht eingeparkt Eingeparkt Ehhhh Ehhhh Der weiß auch nicht was er war Jetzt lass ich den nicht mehr fahren So Feierabend So jetzt Feierabend Robin Jetzt kannst du gucken wie du weg kommst Ja So noch nicht rausschieben Das ist ja langweilig Erstmal ein bisschen warten Erstmal nochmal Mittelfinger zeigen Aber da kommt man doch rückwärts doch noch rum oder nicht? Ja da kommt man noch rum Aber ja nicht Guck Aber eigentlich kommt man da noch rum oder nicht? So Was langiert der da so rum? Weiß ich doch nicht Was der da versucht Der wäre auch so ein 40-Dollar Der schafft das sowieso nicht Echt so Voll der Anfänger Will ich dir mal Zu 3 2 1 Pfauf Wie kann der noch darin zu sein? Bei der einem So Runde Gewinner Ja das nur weil ichs drauf frå Ich weiß ich hätte den 67 Pel Channel Dwe Trans Der 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 den der 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 Was nicht mal Lenny's klingelton Nein Lenny weißt du noch das Lied hier Gleich am Anfang rückwärts fahren ist das gute Idee Natürlich Denke auch oder Weiß ich das erste Lied was wir zusammen im Auto gehört haben Das ist möglich, ja. Okay. Ah, ich komme hier hinten hinten. Mein Mut warst du nicht mal an. Eine kurze Runde. Warte, war es nicht das erste Lied, was wir gehört haben? Ja. Keine Bremse. Okay, direkt ausgenutzt, runtergeschmissen. Ja, das bringt euch nicht. Was ist hier eigentlich für ein Stau? Könnt ihr mal fahren? Hört man meine Hupe überhaupt? Ja. Genau die richtige Lautstärke. Ey, ich muss meine Maus drehen, so. Ich eindeutig bin lauter, das ist dein Motor. So, wie wärs halt mal mit Abkürzen? Mach der doch da vorne. Das war's. Nein, 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 nein. Der hat sogar gerade aus der Seite hatte. Gibt auf der Seite. So, jetzt ist Feierabend. Jetzt kommt hier auch mal Regenverkehr ins Spiel. BAM! Er fährt einfach weiter. Er lacht sich schlapp und fährt weiter. Okay. Was geht hier gerade ab? Chitter mal eure Basis. Ich hab keine Tastature gerade zerstört. Ich hab keine Tastature gerade zerstört. Ich hab keine Tastature. Ich hab keine Tastature gerade zerstört. Hallo, wie soll ich das jetzt gewinnen gegen euch? Aber es klingt nicht gesund. Ja, easy peasy oder ne? Also, der Impero ist gar nicht so schlecht. Die Kurvenlage. Ist irgendwas kaputt gegangen. Die Kurvenlage. Wie Flo kommt nicht hinterher mit seinem Scheiß-Abo. Und Robin ist gleich unten. Weg damit. Okay. So, jetzt äh... Stell mich mal hier hin. Eher so Sicherheitsfuss. Ich dreh nur ne Runde. Ich auch. Komm gleich. Nein, Robin. Was ist der denn? Flo, raus. Wow, nein! Scheiße. Techniken abbiegen. Lenny, warum liegst du eigentlich da in der Mitte? Damit ich abkühle. Boah! Ey. Nein. Nein. Da ist der Frosty. Wisst ihr was, Jungs? Ich wende und fahr einfach weiter. Tschüss. Seh ich nicht so. Ey. 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 Okay. Weißt du, wenn Flo nicht da wäre mit seinem Scheiß-Fettenkarten? Das ist echt so. Ja, ha, 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 ha. Ratatatata! Dann nehm ich das nächste Mal auch diese Tafter mit Dingeskirchen-Verlängerung nach. Ey, das war Zufall. Damit kann ja jeder rasieren. Aber Martin nicht. Alki müsste Martin rasieren. Martin ist echt so, du wüsst's. Außer der. Nee. Alter. Ratatatata! Er kann nicht versprechen, er hat sein Mikrofon kaputt gemacht. Er hat sein Mikrofon kaputt gemacht. Nein, 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 hab ich nicht. Das ist alles gut. Ich bin grad ein bisschen ausgerastet, muss ein bisschen lachen. Ey, wo kommt die Musik hin? Ist das GEMA? Ja, ne? Nein, ist es nicht, weil ich geh doch nur in GTA zum Gebäude, oder nicht? Das ist GEMA-Mio. Er hat denn hier Musik an? Das ist keine Musik, das ist das Gebäude da. Ich geh nur zum Gebäude. Ja. Ja. Dann ist ja gut. Wollen wir das mal wenden? Okay. Alter. Was? Wo ist meine Maus? Au. 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 Ich hab dich in meinem Provision. Schön das wir uns an einem Viertel aufhalten. Äh. Alter. Ciao. Jawoll, Martin ist was. Was ist da eigentlich los, Walsh? Lenny, kann ich nicht lang? Nein, hier ist Strahlensperre. Denkitasperre. Lenny, Vorsicht! Auf jeden Fall, ich bin Holzklotz hier, lass mich in Ruhe jetzt. Nein, Flo gewinnt wieder die Runde. Meine Räder drehen noch nicht mehr durch, zu wenig Leistung. Ja, ich gewinne! Ich gewinne! Ich geb gar keinen Gas mehr. Lenny, guck mal! Lenny! Ich komme! Lenny, guck mal! Also, ich geb gar keinen Gas mehr. Lenny! Was ist hier die Karre jetzt? Alter, der Emperor! Du weißt schon, dass ich kein Gas mehr geben kann, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Gerade hast du schon Gas gegeben. Nein! Ja, ja, ja. Benno hat Internet. Immer nur bei Benno. Wie war das mit Benno? Wie weiß, wo da ich bin. Wow! Benno ist federlein. Aber der Wagen hat doch Helium eingeladen, oder? Ja. Leider. Leider, wie der nicht aus dem Quark hat. Oh! Oh! Was? Ich bin noch drauf! Nein, ich bin da! Lenny, rette mich! Lenny, rette mich! Rette mich! Ja! Ja! Äh... Alter! Ich war grad richtig im Arsch. Äh... Abkürzen! Äh... Äh... Taktikerei! Komm! Komm! Nicht immer auf den Regina! Benno, bist du Kacke! Bist echt so! Okay, voll auf den Regina! Jetzt fahr ich auch raus, weil ich keinen Bock mehr hab! Tschüss! Wolke! Nein! Geh Regen machen! Komm, weg mit dir! Weg mit dir! Dad, du sollst Regen machen! Du fährst jetzt weg! Weil du Wolke heißt, du sollst Regen machen! Ey, ich dachte, ihr Sonnentanz... Oh, aber ich denke, es wird so... Okay, okay! Wie, wie Harry, wenn nichts rausgeht! Könnt ihr dich mal rausbiegen? Ihr schiebt mich heute im Lapp, aber ich geh nicht runter! Was für die Kacke durchgegriffen? Echt, weil... Ich verarsche! Könnt ihr mal aufhören, gegen mich zu fahren? Fahrt dann mal gegen euch! Ja, es geht doch! Korrekt! Geile Aussage! Oh, Mann! Du kannst dein Maul halten! Jetzt bist du zu gewittert! Ey, Benno! Kannst du ihn auch mal treffen? Das denn für eine Kacke, oder was? Ich kann dich mal wegen treffen und ich die Schnauze hält! Uuuu! Ich fäng dir auch an Arsch rum! Perfekt! Hab ich aufgelucht, aber ich fand irgendwas... Ich war schon dabei! Robin, nein! Irgendwas violettisch von der Seite und dann war feierab! Wir müssen erst mal Fode runterhauen! Was? Okay, zu dritt, aber so... Oh, zu dritt! Ich bin Benno! Richtig, Benno zu dritt! Was? Wie soll ich denn machen jetzt? Wenn Benno weg ist hier, Werner! Gleich im Ausfallswinkel! Okay! Martin ist gleich nicht zu gewinnen! Flo, kannst du mal da wegfahren mit deinem fetten Haufen? Ist echt so, Flo! Weh, du stellst dich dahin! Du fährst jetzt sofort hier durch die Gegend! Alter! Richtiger Poser! Stell dich dahin, ey! Echt so! Aber du musst... ...ist halt direkt eingehen! Jetzt! Nicht dahin stellen, nein! Nein, hier kann man noch rumfahren! Du kommst da noch rum! Ja, kann ich... Okay! Was willst du gegen zwei machen? Na, gar nichts! Alles! Ah! 3, 2, 1, 1... Ah! So! Was? Jetzt bin ich warm! Ja, Regina ist auf jeden Fall am Geist! Richtig! Jetzt rasiere ich richtig hart! Jetzt wird richtig zugefahren! Bitte nicht! Hau ich mit meiner Faust in meine Hand! Jawoll! Scheiße, ich muss noch den Bergspider machen! Okay! Ich muss noch den Bergspider machen! Bergsteigermüsli! Seitebacher Bergsteigermüsli! Ich wollt auch grad sagen! Öhle von Seitebacher! Öhle von Seitebacher! Reibst dich mit da hin? Reibst dich in die Scheiße rein! Kannst auch als Klopapier nutzen! Jetzt kannst du's nicht besser, aber länger! Nein, das war auch nicht! Das hat besonders geschmackt! Alter, was machst du hier? Da war vielleicht eine Spur! Nicht auf den Regina gehen! Lass mich mal vorbeifahren! Nein! Guten Tag! Willkommen bei McDonalds! Was kann ich für sie tun? Halt die Fasch! Drei Cola! 20 Hamburger! Oh! Und Heckantrieb! Danke! Bitteschön! Und mein Heckantrieb! Ein Heckantrieb! Kommt doch mal! Kommt doch mal was! Kommt doch mal was! Und mein Heckantrieb zum Mitnehmen! Aua! Hört gern ein Happy Meal! Hört gern ein Happy Meal! Hört gern ein Happy Meal! Also der erste Rausstieg ist Martin! Jetzt haben wir uns einig! Einmal ein Eiradmenü bitte! Hallo! Warum geht ihr dann auf mich? So die Scheiße! Wir müssen ein Restaurant aufmachen und das beliebteste Menü heißt ein Eiradmenü! Oh nein das heißt Caravanmenü! Ein Heiradmenü bitte! Einmal äh! Sowas wie Taxi Teller! Caravan Teller! Jawoll! Ihr habt es geschafft! Ich nehme einen Motor! Der Kompi Teller! 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 Aaaaah! Und wenn ihr richtig geschrieben seid in dem Astralelf Caravan! Lenny! Hier links verkehrt! Oh ok! Langes Hektes! Martin wird so rasiert von Flo oder? Junge! Was soll das denn? Flo wird einfach einfach gar nicht zu wissen! Du kommst vielleicht entgegengefahren! Ich muss doch hier auch irgendwo lang fahren! Aua! Einmal halten! Sicherheitsvollziehung! Danke Benno! Also irgendwie bist du ganz schön leicht Benno! Keiner sagt! Ok! Nein! Warte wieder abgeht! Ähm! Nein! Scheiße! Ey wir müssen Pink runter hauen! Pink runter hauen! Ey Flo ist so kacke ne? Ey Benno gegen Flo! Seh ich jetzt nicht an! Flo ist kacke! Pink darf gar nicht mehr gewinnen! Ich seh das auch nicht an dass Lenny immer runter gehauen wird! Ey Flo! Warum fährst du dagegen? Ist doch kacke! Warum? Davido! Ich wär echt mal da gewesen jetzt! Technical Braating! Wow! Flo stehst du da gut? Ich steh hier gut ja! Ich komm gar nicht vom Fleck! Oh jetzt seh ich das wieder ein! Ich seh das auch wieder ein! Abkürzen! Ich seh das auch wieder ein! Trotzdem darf Pink nicht gewinnen! Benno gegen Robin! Nein Pink gewinnt jetzt doch nicht! Oh oh! Aber Benno ist doch wieder leicht! Also es ist jetzt gerade Orange gegen... Orange und Lila gegen Pink! Jo! Gut! Außer Benno fährt wieder freiwillig raus! Boom! Er hat nen höheren Luftwiderstand! Wie packt denn der? Das ist halt wirklich so! Ja! Ciao! Du machst das schon! Zwei Runden ne? Weißt du Bescheid? Zwei Runden schaffen wir lieber! Ich bin in! Ich bin in! Ich bin in! Eine geht noch! Wie in ETS! Ich bin in! Oh Benno! Du hast aber ein risikoreiiger Kurve! Keine geht mehr! Doch eine geht noch! Eine geht noch! Eine geht noch! In vier Sekunden haben wir noch Zeit! Ja ist nein! Eine geht nicht! Alter wie krass einfach das Ding der Kurve lagert! Nicht hier hinstellen! Da ist Parkverbot an den Posten! Du kannst auf der anderen Seite parken! Da ist wirklich Parkverbot! Nein! Nicht hier parken! Nicht hier parken! Nein! Weg damit! Was? Weg damit! Ich seh gar nicht! Ich seh nur noch Geld! Ok jetzt bin ich weg! Wie denkst du auf? Ah! Gib Gas! Rückwärtsgang! Hier ist schon ein Motorrad! Nicht da hinstellen! Nein! Ok! Ich kann gar nicht mehr fahren! Ja! Hä? Wer gewinnt jetzt? Ich! Benno dreh doch deinen Arsch! Was machst du denn die ganze Zeit da? Tschüss! Boah bist du kacke ne? Boah ich stell mich jetzt einfach nur hier hin! Eingepackt! Eingepackt! Links rum! Eingepackt! Links rum! Hahahaha! Ehhh! Ehhh! Er hat mich nur dahin gestellt! 5.000, warum gibt's da kein doppeltes Geld? Das war einmal! Oder? Jungs, seid ihr eigentlich noch alle da? Ja, ich bin noch da. Ja, ich leb noch, ja. Da nicht. Leben tu ich nicht mehr, aber ich bin noch da. Ja, ich bin auch noch da. Ja, also ich wär jetzt das mal dafür, dass Orange mal gewinnen wird. Orange hat 3 Punkte, ich bin für Lila gewinnen. Lila hat 3 Punkte. Nein, Lila hat 1 Punkt. Martin muss jetzt mal gewinnen, was er kann. Ja, da muss jetzt mal durch Zufall Lila gewinnen, wa? Und Martin würdest du nicht mal fahren? Raus damit. Martin muss jetzt zeigen, was er kann. Martin direkt am Sicherheitspfosten dran. Ich bin außen. Abkürzen! Isaac! Oh, das war's. So viel zum Thema Lila gewinnen. Okay, einmal berührt, ich bin weg. Wer war das, Robin oder Flo? Nicht der Regina. Langes Heck, langes Heck, langes Heck, langes Heck, tschüss. Ey Flo. Wie langes Heck? Nicht der Regina, den Anna aus unserem Team. Boah, wat'n Dreck. Kann man hier in der Mitte auch parken? Ja, ne? Kann man hier überhaupt noch sagen? Wieso steht hier eigentlich gar kein unsichtbares Bootspapier? Oh, weil er jetzt gewinnt. Feierabend. Also ich bin dafür, wir fangen gleich alle runter und Martin gewinnt jetzt. Jungs, auseinander. Ich bin schon weg. Gut. Sehr schön, weiter mal. Ich setz 20 Euro auf Lila. Ja. Oh nein. Nein. Mann, Vollgas. Ja, oder bin ich von dem anderen runtergekickt? Nein. Du wiegst 10 Tonnen. Okay, ich bin länger als 40 Sekunden drauf, neuer Rekord. Ich hab dich vorhin auch lange überleben lassen. Genau. Du hast mit einem Kick runtergekickt. Ja, du warst schon im Finale heute. Nein, das ist ein Sicherheitspfosten. Nein, Sicherheitspfosten. Wie Flo trotzdem noch rammt, ne? Nein. Man darf rammen. Nein. Woppa! Lenny, lass mal jetzt hin. Rausdammel! Warum ich? Ich soll noch gewinnen. Rausdammel! Achso, ja stimmt. Rausdammel! Nein, raus damit. Der Typ ist nicht dumm. Hä? Okay. Er hat gelenkt. Was ist das denn? Ich glaub der hat viel zugelernt in GTA. Er will ein guter Treckerfahrer. Ja. Raus damit. Jetzt. Okay, Erik Herz fährt hinten. Okay, Erik Herz fährt hinten. Ben, hast du den Bergspider schon? Äh, nö. Du? Nein, ich hab 67 Prozent. Nein. Nein, ich hab 67 Prozent. Du? Wie viel Prozent? Pff, irgendwas unter 75. Jetzt reinfahren! Ach, schade. Ich dachte, der Flieger fährt. Ja, aber es gibt... Achso. Weil du die Belohnung noch nicht hast. Bestimmt 72. Dann sind wir ja gleich gleich weit. Oh, da hab ich hier schon bekommen. Keine Ahnung, wo ich gucke. Äh... Was machst du da eigentlich? Lila muss klein. Jetzt bin ich einmal mit Gas. Wir sollen Lila gewinnen. Nein, ich bin mit dem Gas. Oh, okay. Was, Benno? 82. 82? Oh, schon so viel. Oh. Lennart, bleib doch mal oben. Äh, Jungs, komm aufm Dach und das reicht nicht mehr für eine Runde mit dem Regina. Oder doch? Natürlich. Du hast noch 20 Sekunden Zeit. Ja, und? Ich hab'n Regina. Ja, und? Oh. 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 Okay, ich muss den Hurensohn engagieren. Nein, ich fahr'n nicht noch. Weil die Karre danach wieder kaputt ist nach dem Rennen. Mein Hurensohn ist noch bei der Arbeit. Echt? Echt? Nein, bestimmt nicht. Er macht doch Video. Nein, lass den doch mal rein, der ist cool. Mensch, lass den doch mal reinkommen. Ja, ich drück doch jetzt kaum. So bequem hier, oder nicht? Der soll doch mal reinkommen. Nein, ihr müsst jetzt beide draußen bleiben. Nein, ich hab ne schlechte Beschleunigung. Lenni, stell dich einfach vor den Pfosten. Ja, ich versuch's aber hier schon bis jetzt. Aber Martin bleibt so stehen. Ja, ich so. Martin würdest du nicht gewinnen. Dann wird so stehen. Martin gewinnt doch. Nein, ich gewinn jetzt, oder nicht? Na, Lenni gewinnt doch jetzt. Nein, du ist so stehen. Nein, du ist so stehen. Das ist jetzt eine Fuckheit. Ich gewinne Lenni jetzt. Guck mal, Motor kaputt. Motor ist schade. Äh, das wird ganz schön eng, das wisst ihr, ne? Lenni, fahr... Lenni, positionier dich neben dem Warten. Ich versuch's. Ja, warum kann ich nicht fahren? Alle, warum... Motor kaputt. Und wer gewinnt jetzt? Ja, ich, ist doch logisch. Nein! 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 Was? Watt das denn? Das verloren auch. Eine neue Sensation bei Sumo! Schöne! Alter! Alter! Alter, Alter! Regina gewinnt! Ja, ich muss sagen, das war... Regina und Emperor haben gewonnen! Geil! Das war reinstes Können. Das war... ...reinstes Glück, mein Lieber. Wolling, du bist die ganze Zeit rausgeflogen, ne? Ausgerechnet in der Runde hast du was gerissen. Hm, schauen wir mal sehen. Alter... Nenner, du reißt immer, was wenn er drin ist. Oh, das war ja eine schöne Aufnahme. Doch, wenn es nur das Papier ist, was er zerreißt. Erreißt irgendwas. Erreißt hat. Reinhard, was? Simone Fechner, Gunther Weinzeggers mit Gitarre und... Was spielen wir hier? Alter, hier ist doch noch ein Sumo. Overtime, Alter. Wie gewinnt er? Nein, wir brauchen Föhn. Alter, was ein Dreck. Alter, auf dieses Overtime-Schüler hätte ich auch mal wieder Bock. Ja.